Hi! Stopp! Kurze Frage. Was macht eigentlich eine richtig gute Gesangslehrerin aus? Was meinst du? Okay, lass mich mal rein. Eine, die selber studiert hat, klar. Also die ihren Job einfach kennt. Die selber auch auf der Bühne steht, weil da will man ja eigentlich hin, oder? Einer, die eine coole Sau ist, mit der man Spaß haben kann. Ja. Einer, die selber auch eine gute Sängerin ist. Einer, die weiß, wie es ist, auf der Bühne zu stehen. Eine, die weiß, wie es ist, sich zu präsentieren. Einer, die genau an dem Punkt früher war, wie du jetzt bist. Einer, die alles mitgemacht hat. Hörbildung, Theorie, Repertoireauswahl. Einer, die dich dabei unterstützt, deine Grenzen zu sprengen und Kilometer über dich wachsen lässt. Einer, die nicht deine Stimme verändern möchte, sondern einer, die genau den Kern deiner Stimme erkennt und den Raushut aus dir. Einer, die an dich glaubt. Einer, die dir das Gefühl geben kann, du schaffst es. Ich bin's, Silke von Silky Music und ich bringe dich dahin, wo du möchtest. Entweder zum Casting oder zum Hochschulstudium. Ich werde dich dabei unterstützen. Musical, Pop, Rock, was immer du brauchst. Ich kann dir helfen. Tschüss und ruf mich an. Oder schreib mir. Tschüss, bis bald.